Komme in die Bauchlage, lege deine Stirn auf deine Hände, die großen Zehen berühren sich, Fersen fallen locker nach außen. Hebe mit der nächsten Einatmung deinen Kopf, strecke deine Arme und Beine, ausatmen, umfasse mit deiner rechten Hand dein linkes Fußgelenk. Einatmen, ziehe dich nach oben. Dein linker Arm und dein rechtes Bein sind ebenfalls vom Boden gelöst und strecken sich. Schließe deine Augen und atme tief. Variation des Bogens, Danurasana. Spüre, wie deine tiefe Bauchatmung deinen ganzen Körper bewegt. Löse mit der nächsten Ausatmung langsam die Stellung. Umfasse mit deiner linken Hand das rechte Fußgelenk und ziehe dich mit der nächsten Einatmung wieder nach oben. Der rechte Arm und das linke Bein sind gestreckt und vom Boden gelöst. Dannurasana regt die Verdauung an und löst Spannung im Bauchbereich. Sie stärkt die gesamte Wirbelsäule von den Halswirbeln über Brust, Lenden bis zu den Sakralwirbeln. Ausatmen, löse die Stellung. Umfasse nun mit beiden Händen deine Fußgelenke und ziehe dich mit der nächsten Einatmung in den Bogen. Deine Fußsohlen strecken sich zum Himmel. Atme tief und genieße die Öffnung im Brustkorb. Ausatmen, lösen. Komme wieder in die Bauchentspannungslage. Lege deinen Kopf auf deine Hände. Große Zehen berühren sich. Fersen fallen locker nach außen. Und genieße die Entspannung.